Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Ich weiß auch nicht so richtig, wo ich raus möchte. Ich würde gerne mal irgendwo starten, wo ich noch nicht war. Aber... Wenn ich irgendwo hin will, wo es halt Loot gibt, kann ich mir jetzt sicher sein, dass da auch andere Leute in den Rollen. Hier sind gerade sehr viele Leute aus dem... Wie heißt das Ding? Luftballon? Ist das ein Zeppelin? Heißluftballon? I don't know. Ich glaube, es sind hier gerade einige Leute rausgesprungen. Ausgestiegen. Ich möchte hier eigentlich jetzt nichts sein, wenn hier noch wer anderes ist. Oh. Ich habe mich selber manipuliert. Das war Absicht. Das war Absicht. Uuuhh. Uuhh. 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 Ich hab noch kein Schild. Ah, ich hätt gern eins. Mal gucken. Da unten ist was lila-farbenes. Das ist halt, wenn du irgendwo runterspringst, wo du noch nicht warst. Weißt du nicht, wo du das Zeug findest? Räuchte ich nicht eigentlich was blaues als Schild? Was ist das? Ein Lama? Räuchte ich nicht. Räuchte ich nicht. Sagen wir mal so, ich hab zumindest ein Schild. Gut. Ähm. Wir gehen jetzt weiter. Hinten geht's ab. Da ist auch wer. Oh, was ist das denn hier? Hinten. Aber wer schießt da so wild die ganze Zeit? Okay. So, wo gehen wir jetzt hin? Ähm. Dann geht's doch gar nicht auf mit dem Geballer. Dann geht's doch gar nicht auf mit dem Geballer. Oh. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Hier, wo ist der andere? Hier, wo ist der andere? Ein bisschen Muni? Ja schon. War hier übrigens auch noch nicht in dem Gebiet. Das sind noch ganz komische Geräusche. An den Felsen und so. Okay, ähm, ich bin super ruhig heute, ne? Ich weiß nicht so richtig, was ich erzählen soll. Ich bin von meinen eigenen Schritten grad irritiert. Ich treffe nicht. Aber der auch nicht. Der Bot. Ich wiederhole. Der Bot. Was ist das? Kann ich das hier looten? Ah. Pilz und eine Kokosnuss? Weiß ich nicht, was ich damit machen kann oder soll. Jetzt habe ich schon wieder so viel Muni verschossen. Ich bin vor, dass ich, oh okay, ich habe wieder ein paar Schuss. So, dass ich diese Runde eine Waffe gefunden habe. Der ich irgendwie hinkomme. Ah, okay. Nun. Wo gehen wir jetzt hin? Mit nachher schritt ich auch mal. Das ist eine komische Insel. Jetzt haben wir noch drei, äh, Doppelsprünge. Richtig. Ach, schade. Ich habe keine Lust. Das klingt immer, als ob das neben mir spawnt. Das ist das Huhn? Okay. Wir suchen mal weiter. Ob wir noch jemanden finden. Okay. Oder ob wir gefunden werden. Das Wetter wird hier so schlecht. Okay. Übrigens habe ich jetzt, glaube ich, gerade verstanden, dass der Sound nicht von den Felsen kommt. Sondern von den Totenköpfen. An meinem Hindern. Ja. Ich sage ja. Ich habe das Spiel noch nicht so ganz verstanden. Verinnerlicht. So, wo ist die Action? Okay. Wieder so ein komischer Riss. Auf. Hier hinten gibt es das Beschuss. Jetzt mitten rein. Vorsichtig. Von außen. Rum. Was machen eigentlich diese Drohnen? Muss ich Angst haben vor denen? Ja, wieso hat der ein Ausrufezeichen über seinem Kopf? Ich verstehe das doch hier alles noch nicht. Ach, ist das sein Gottgefährte? Oder was machen die da drüben? Sind das Spieler? Ich weiß es nicht. Das sind keine Spieler. Da ist ein Spieler. Upsi. Naja, egal. Ich bin relativ weit gekommen. Hat nicht auch schon was. Aber so ist das dann. Ich danke euch aber fürs Zuschauen. Und vielleicht sehen wir uns nächsten Sonntag wieder. Mal gucken. Ob Fortnite noch eine Weile Spaß macht oder nicht. Ähm, ja. In diesem Sinne danke fürs dabei sein. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich winke euch. Bye, bye. Bye. Tschüss. Bis nach 2010.